Meine Schwester schminkt mich und ich muss so in die Schule, weil ihr die 20.000 Kommentare geknackt habt. Ich bin fertig und es geht jetzt ab in die Schule. Ey, warum hast du Make-up drauf? Du weißt, wie der aussieht, wie sie einen so krank haben. Hehehehe. Ja, ich kann dich im Künftal nicht ernst nehmen. Danke für die Süße. Hi. Nur meine Lehrer haben mich immer mies komisch angeguckt. Noelle sieht aus wie eine Prinzessin. Hi. Smash. Warum machst du das? Ich bin cool aus. Ja? Ja. Und jetzt macht für diese Aktion mal das Plus weg.